Hier, Havi. Also, unser russischer Ferrari steht genau nebenan wie der von Kohn. Hier, Mau. Die Astrid, Servus. Du, ich habe gehört, die Sissi ist bei dir. Ich wollte mich nur bedanken. Mir ist das eh viel lieber, als wenn es bei den beiden ist. Die sind ja manchmal ein bisschen... ausgelassen. Und die Sissi hat ja selbst so einen starken Charakter. Aber du weißt ja, wie kinder sie. Ja, und deshalb habe ich keine. Du, aber sag einmal ehrlich. Hast du dir schon mal überlegt, dass wir Kinder ein bisschen erziehen können? So Sachen wie, das darfst du nicht oder sag schön Danke. Weißt, ich will halt nicht, dass ich so ein anpasstes Totschen werde. Nein, das willst du natürlich nicht.